Hallo meine hübschen da draußen. Na, was geht bei euch so? Ich hoffe ihr habt etwas Zeit mitgebracht, denn wir werden wieder mal eine kleine Runde hier in No Man's Sky verbringen. Immer noch auf dem Flug dahin. Aber das hier sieht auch so interessant aus. Hier gibt es doch bestimmt irgendwas. Was ist denn das da unten? Okay, da unten ist ein Wissensstein. Das hier ist so eine kleine Atoll-Insel oder wie man das nennt, so ein Atoll. Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Was sehe ich da? Okay, dann hole ich mir mal... Kriege ich hier auch ein bisschen Plutonium? Ich hoffe ja. Ich glaube, ich werde wieder Plutonium brauchen. So, was haben wir hier? Reisemeyenstein erreicht. What the... Ich habe 40.000 U zurückgelegt. Naja, ich bin ja aber ein geiler Hengst, oder? Was seid ihr? Kennen wir uns? Nein, wir kennen uns nicht. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Du, hier. Das sieht... Okay. Das sieht... Die Viecher hier sehen mir alle ein bisschen zu sehr nach, ähm... ...den Viechern aus, die wir bereits kennen. Boah. Alter, was ist das hier? Die rote Hölle, oder was? Uh, was ist das? Was ist dieses Ding? Ich kann es nicht scannen. Ich weiß nicht, wieso. Buh. Was sind das so komische Steine? Können wir die abbauen? Hm. Okay, wir haben auf jeden Fall wieder ein paar Tierchen entdeckt. Wollen wir gleich mal benennen. Ach ja, wie sieht das denn aus? Boah, mir fallen ja echt keine... Das ist ein... Fallen mir echt keine... Saugner Pfari hatte ich den auf Pandora genannt. Hier nenne ich ihn... Hm. Glitchos. So, äh, ihn hier haben wir... Okay, Moment, ähm... Flibra. Kreuzung aus, äh, Zebra und Fliege. Mir ist nichts anderes eingefallen irgendwie. Das sieht... Es hat so Streifen wie ein Zebra, aber... Das macht irgendwie alles keinen Sinn. Ein Flibra. Glitchos. Glitchos. Oh Gott. Na, dafür habe ich wirklich keinen Namen. So, hier ein bisschen... Genau. Pluton. Grakan. Grakan. Hier drin. Nichts gefunden. Das ist mir echt zu wenig. Und Wissensstein. Oh, hier sind wieder unsere Fischis. Will ich mir mal ein bisschen näher angucken. Okay, die sind aber irgendwie ein bisschen dumm, oder? Kann das sein? Die versuchen wirklich, sich entweder in den Sand zu buddeln, oder... Ein Pilz. Der sich nichts kennen lässt. Ist auch okay. Kann ich eigentlich ins Wasser? Ich werde jetzt nicht sterben, oder? Hallöchen. Was bist du? Aha. Das sieht aber auch interessant aus. Das erinnert mich an... Oh, was? Mein Sauerstoff... Oh, ja, das stimmt. Genau, ich sehe da meine Sauerstoffanzeige. Die nimmt rapide ab. Eine Seeanemone. Okay. Guck mal schnell raus hier. Nein. Oh, im Himmels Willen. Sauerstoff. Hä, was ist denn das? Da war grad so ein Tropfen-Symbol. Okay. Wie viel haben wir hier? Oh, hier haben wir schon einiges an Viechzeug entdeckt. Wie viel haben wir hier? Oh, hier haben wir schon einiges an Viechzeug entdeckt. Da brauchen wir wirklich Millionen Jahre, bis wir alles entdeckt haben. Da ist eine Drohne. Okay, wo ist denn jetzt eigentlich mein Schiff? Auf... Äh... Ada. Und... Bam. Genau. Die haben immer Angst vor mir. Wieso? Ich hab denen doch gar nichts getan. Ja. Landen kann ich auch wieder eins. Das hab ich auch schon festgestellt. So wie letztes Mal, wo wir... Wo haben wir da gelandet? Auf einem Pilz? Ich brauch Plutonium. Ich brauch Plutonium. Dieser Planet ist nicht sehr reich an Plutonium. Außenposten? Ne, 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 ne. Ich wollt doch eigentlich... Oh, den kennen wir ja. Ich wollte da... Wollte ich echt da hinten hin? Und da schlupfen? Ich flieg da einfach hin. Zum Einleiten der Landung. Achso, ja, Fiek. Weiß ich ja. Hier gibt es wenig Landmasse und dafür sehr viel Wassermasse. Kann ich eigentlich... Mit meinem Flugzeug kann ich auch unter Wasser? Ja, ich weiß. Ich hab wieder Flugzeug gesagt. Ich bin halt einfach so ein Dummdödel. Das ist ein Raumschiff. Okay, ich seh hier einfach keinen Unterschlupf. Es gibt hier aber scheinbar auch nicht so viel. Weshalb wir wahrscheinlich gar nicht mal so viel... Ah, halt! Stopp! Ich hoffe, das war alles Plutonium. Ja, genau, hier seh ich Plutonium. Euch hab ich schon. Und ihr da hinten seid auch cool. Alles klar. Wir brauchen Plutonium. Und es geht langsam, äh... Plutonium aus. Weil das ständige Starten und Landen kostet unglaublich viel Energie. Man braucht ja immer 25% der Stabschubdüsen Energie, um nur einmal abzuheben. Das hab ich. So. Wie sieht's Plutonium mäßig aus? Ja, ich hab nämlich gar nicht mehr so viel. Gut. Ich hab noch was im Schiff. Ist klar. Aber wir brauchen ständig Plutonium. 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 Boah, ihr fettiges Thymian, wie Sau. Geil. Okay, die sind mir bekannt. Vögel scannen. Ey, Vögel sind in diesem Spiel wirklich mein Geil. Die kriegt doch nicht, ey. Das... Ich hasse die Vögel. Die hasse ich wirklich. In diesem Spiel kann man sie auch hassen. Ohne, dass man dabei ein schlechtes Gewissen haben muss. Platin. Ich weiß nicht, soll ich mal wieder ein bisschen Platin... Ich brauch eigentlich gar keinen Platin. Aber irgendwie gibt's hier wirklich extrem wenig. Es gibt hier keine Ruin. Da hinten ist zwar jetzt ne Base, aber die ist ja noch ewig weit entfernt. Ich glaube, das meiste spielt sich hier wirklich unter Wasser ab. Na komm, gib Gas. Warum fliegst du nicht? Sieht interessant aus. Okay. Was ist denn er hier? Ist er böse? Oh, oh. Räuber. Assfresser. Okay. Okay. Oh Gott, er läuft schneller. Ich will ihn ein bisschen im Auge behalten. Okay. Er jagt da hinten irgendwas. Geh ich mal schnell hier rein. Okay. Cool. Ah, ne. Schilde Brauchschnee hab ich voll. Was haben wir hier? Wieder Technologie für Schnellfeuertau. Ist in Ordnung. Und hier haben wir nur wieder einen Banner. Alter. Wo ist denn... Ich rüste schon mal meinen Blitzwerfer aus. Ich hab Angst, dass ich den gleich killen muss. Solange er mir nichts tut, tue ich ihm auch nichts. Aber wenn er auf mich losgeht, dann kann ich für nichts mehr garantieren. Okay. Hier ist niemand. Hab ich auch irgendwie nicht erwartet. Ein bisschen Geld. Ah, wieder diese tollen Namen. Die ausgelesene Übertragung deutet darauf hin, dass vor langer Zeit ein Notruf unbeantwortet blieb. Eine Zahlenfolge wiederholt sich immer wieder, sodass sich ihr Abdruck auf dem Bildschirm eingebrannt hat. Ein Eingabefenster blinkt mich eindringlich an. Wenn ich den Code entschlüssele, kann ich das Schiff finden. Ein Schiff. Vielleicht kriegen wir ein neues Schiff. Oh, das war fett. Okay. 99, 92, 86, 81. Okay. Zuerst gehen 7 weg. Dann gehen 6 weg. Dann gehen 5 weg. Also müssten jetzt 4 weg. 7 weg. Ja. Das war easy. Ja, kein Problem. Notrufkoordinaten. Okay. Jetzt können wir uns das mal ein bisschen angucken. So, was gibt es hier? Ziemlich viel Emily. Okay. Okay. Jetzt können wir uns das mal ein bisschen angucken. Ziemlich viel Emily. Okay. Okay. Neue Technologie. Granatenwerferantrieb. Was? Granatenwerferantrieb. Was? Granatenwerferantrieb? Okay. Warte mal. Hier fliegt doch was. Was seid ihr? Okay. Sind bekannt. Gut. Oh oh. Oh oh. Gott. Ich habe Angst. Ich sehe das Viech nämlich nirgends. Wo ist es? Ziel erreicht. Ja. Da hinten ist wieder sein Viech. Aber eine Kiddy Version. Ich glaube immer nicht, dass sie aggressiv ist. Okay. Alles klar. Ich sehe ihn wirklich nirgends. Das Asuni Grasland. Gibt es ja nichts besonderes. Maust du so einen Laserpointer hier? Soll ich das nicht nirgends? Irgendwas suchen lassen? Ach ne. Wir haben ja eh Koordinaten für ein Schiff gekriegt. Ich muss unbedingt zu meinem Schiff. Oh oh. Was ist das? Verpiss dich. Ich mache aus dir Hühnchen-Frikassee. Oder Hirschgulasch. Was auch immer du wüsst. Kriegst von mir ordentlich einen. Vor den Latz geknallt. Schnelles Schiff. Aha. Und dann. Ach ja. Kein Treibstoff mehr. Blub gelogen. Natürlich haben wir Treibstoff. Bäm. So. Wo ist das Schiff? Wo ist das Schiff? Da ist es. Zwei Stunden. Abgestütztes Schiff. Boah. Okay. Das kann dauern. Ich sehe da oben rechts. Sehe ich das Icon für eine Ruine. Haben wir hier irgendwo eine Ruine in der Nähe? Ich will aber zuerst das Schiff. Oh Gott. Da werde ich wieder. Oh nein. Das muss ich bestimmt wieder reparieren. Da muss ich wieder scheiß viel Zeug bauen. von Karitplanten. Und und und. Und den ganzen. Crap. Ich hätte ganz gern irgendein cooleres Cockpit, wo man viel weniger von diesen ganzen Querstreben und so hat, dass man viel mehr von der Welt sieht. Das wäre ganz geil. Vielleicht kriegen wir das ja jetzt mit dem nächsten Schiff, was hier abgestürzt ist und nur darauf wartet, von uns entdeckt, repariert und geflogen zu werden. Holy moly. Das ist aber wirklich scheiße weit weg. Muss ich einmal um den halben Planeten düsen gehen oder was? Ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht, Leute. Denn der Flug kann noch ein Weilchen dauern. Ich verstehe diese Ankunftszeit nicht. Die steigt und dann sinkt sie wieder und dann steigt und dann sinkt sie wieder. Da, jetzt steigt sie wieder wie... Was ist da los? Ich hoffe ja wirklich nicht, dass es wirklich ewig weit entfernt ist. Ja, wenn ich jetzt die Impulsdinger einsetze, dann habe ich, glaube ich, ein Problem, oder? Ich weiß es nicht. Ah, das ist ja wirklich ewig weit weg. Ah, planetare Störungen kann ich gar nicht benutzen. Ich muss hier noch per Hand fliegen. Ich scanne mal. Gucken wir mal so, vielleicht gibt es irgendwas. Nö. Das ist ewig weit weg. Oh mein Gott. Oh, Gott. Was habe ich... Moment. Ich kann mit L1 und R1 kann ich das Schiff drehen. Okay, ich habe wieder was Neues dazugelernt. Ich kann mein Schiff drehen. Oh Gott, ich höre lieber auf, sonst wird mir schlecht. Oh Mann, ey, das ist aber jetzt wirklich eine Fleißaufgabe, oder? Ich probiere mal was anderes probieren. Okay. Okay. Und jetzt mal kurz rausfallen. Okay. Oh Gott, was? Nein, nein, was? Hä? Oh Gott. Was ist denn jetzt los? Ich kann mein Schiff nicht mehr steuern. Wieso kann ich mein Schiff nicht mehr steuern? Ich kann nicht mehr... Hallo. Oh, jetzt? Wieso kann ich mein Schiff nicht steuern? Oh, das ist doch das Wahnsinn, oder? Alter Schwede. Okay. Okay. Ja, 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 seht ihr das? Ich hoffe, ich habe das ganz gut gemacht, dass ich jetzt wirklich eine Abkürzung habe. Mit meinem super Impulsantrieb. Ey! Ich überhole euch! Hilfe! Oh, scheiße, ich kann schon wieder irgendwie nicht mehr richtig lenken. Okay. Okay, da ist es. Spira. Der Planet Spira. Wenn ihr euch fragt, woher ich den Namen Spira habe, so hieß, glaube ich, die ganze Welt von Final Fantasy X und XII. Wer es gespielt hat, wird es vielleicht noch wissen. Boah, das ist ein geiles Schiff. Das ist ein geiles Schiff, Alter. Das habe ich jetzt schon gesehen. Das ist ein geiles Schiff. Oh, yeah. Alter, was hat das denn überhaupt für Antriebe, ey? Okay, zwei poplige Flügel, aber heiliges etwas. Trümmer? Das Cockpit ist in tadellosem Zustand, bis auf den kleinen Schaden, der beim Aufprall des Piloten auf das Bedienfeld entstanden ist. Die Datenbanken sehen jedoch so aus, als würden sie immer noch funktionieren. Um mich herum blinken immer wieder unregelmäßig Lichter auf. Ein paar Systeme funktionieren offensichtlich noch. Dazu gehört eine raffinierte Anordnung aus Sicherheitssensor und Kamera. Funktionstüchtige Technologie aus dem Schiff plündern oder auf die Datenbank zugreifen. Das ist jetzt die Frage, ne? Technologie. Da könnte was Interessantes rausspringen für uns, aber ich bin immer noch für Daten. Ich kann nur auf eine Datenbank zugreifen. Zum Glück ist sie nützlich. Strahlungstdeflektor, Sigma, okay. Habe ich nicht gesagt Datenbank? Ich habe gedacht, da wird mir irgendwie eine neue Position hier auf dem Planeten angezeigt. Da oben sehe ich einen Laserpointer. Okay. Gut, will ich mal hier kurz gucken. Was haben wir hier? Jawohl. Kanonenschaden, Täter. Schildsplitter, alles klar. Etwas Plutonium. Ich habe leider keinen Atlaspass. Woher kriege ich einen Atlaspass? Okay. Gucken wir uns das erste Mal das Schiff an. 15 Plätze. Oh, das hat aber weniger als meins, oder? Tatsache. Boah, ist ja scheiße. Mann. Nee. Macht keinen Sinn. Ich müsste erst mal den ganzen Schrott hier erst mal reparieren. Ach, ist das kacke, ey. Oh, das ist Pandora, oder? Das ist Pandora, alles klar. Das ist Pandora, alles klar. Nimm das, Pflanze. Ach, schade. Ja. Ach, ich habe mir mehr davon versprochen. Das ist doof. Was gibt hier irgendwie so wenig? Da ist was? Okay. Okay, Säfniese-Kreuzung. Eine faszinierende Perle, okay. Plutonium natürlich, Schildsplitter und Geknipp. Habe ich noch Platz? Ja, jede Menge, guckt euch das an. Oh, oh. Mal lieber wieder auffüllen. Gek-Amulett. Das ist eine schöne Flagge, kann ich die mitnehmen? Gesundheitsstärkung. Deine Gesundheitswerte steigen. Trümmer, okay. Ist das hier auch nochmal Gesundheitsstärkung? Gesundheit auf Maximum, alles klar. Ja, natürlich, speichern. Damit wir das hier auch entdeckt haben und... Entschuldigung. Damit wir das auch benennen können. Gibt ihr auch wieder ein bisschen Kohle? So, was haben wir hier? Asoni-Grasland. Äh, ich nenne das mal... Donnersteppe. Und das hier... Es gibt ja leider so wenig, aber das Einzige, was ich noch weiß... Makalania... ...Makalania... ...Wald. So, okay. Makalania-Wald. Ich glaube, dass man den so schreibt. Ich weiß es nicht mehr. Final Fantasy ist so lang her. Dass ich das gespielt habe, das... Oh, das ist Jahre ist das her. So, ach ja, hier. Er hier. Äh. Okay, er hat ein bisschen was von einem Gürteltier. Einen Elch. Und... Allein... Ich seine... Allein seine... Seine Pfoten, so. Das... Das Fich macht einfach überhaupt kein... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ähm. Okay, äh. Das klingt komisch. Gehirsch, aber... Aus Gepard und Hirsch und Gürteltier und... Ein richtig schönes... Irgendwie nenne ich das Seeanemone. Das ist ein schöner Name. Mo... Ne. Seeanemone. So, okay. Dann haben wir das... Hätte ich das auseinanderschreiben müssen? Ich glaube, das schreibt man auseinander, oder? Ich depp. Was das... Äh. Sieht ein bisschen aus wie... Tulpe mit Tentakel. Ich nenne das mal... Rulpe. 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 Und let's go. Ich kann hier in den Planeten eingucken. Habt ihr es gesehen? Das war ein schöner Glitch. Und jetzt... Adios, Spira. Du hast nicht viel zu bieten, deswegen lassen wir dich. Okay. Ich glaube, ich muss schneller davonfliegen, oder? So, jetzt genau. Coole Musik. Okay. Ähm. Wo fliegen wir jetzt nichts hin? Ich... Ich... Ich hätte ganz gerne irgendwie mal so eine... Galaxiekarte oder so. Ich... Ich... Ich weiß doch gar nicht, wo jetzt hier der so der nächste Planet ist. Zuger war nie... Wacker. Unentdeckt. Moment. Was ist das? Das ist... Das ist auch unentdeckt. Ach so, okay. Ah, ich sehe jetzt hier ein paar Planeten. Alles klar. Sie sind alle unentdeckt. Ankunft. Eine Runde. Da ist eine Raumstation. Ähm. Was ist das? Das ist meine. Pandora. Genau. Das hier, auf dem wir sind, ist genau... Okay. Hier haben wir ein bisschen was zur Auswahl. Wir fliegen mal der Sonne entgegen. Wir fliegen mal da hin. Und jetzt... Energie. Boah. Oh shit. Hier sind lauter Asteroiden. Ich glaube, ich crash gleich, oder? Oh, das dauert. Das dauert wirklich, da hin zu fliegen. Ähm. Ihr seht das ja. Da Ankunft in einer Minute. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Ich habe jetzt noch 60 Sekunden. Das ist eine gute Gelegenheit, um für mich jetzt eine kurze 30-Sekunden-Pause zu machen, in der ich schnell was trinke, damit meine Stimme wieder da ist. Und wir sehen uns dann in ein paar Sekunden wieder in der nächsten Folge. Von No Man's Sky. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Und lasst doch einen Daumen da, wenn ihr schon mal da seid. Oder ein Abo. Wäre auch ganz geil. Tschüss. Schnell was trinken.